Yo Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu dem, ja ich nenne es mal Tutorial und in der Videobeschreibung oder in dem Videotitel steht ja schon das Thema. Heute geht es um den Ender Dragon. Ja, wie man ihn besiegt, was die beste Taktik ist, was er so droppt, wie viel EXP man auch von ihm bekommt und alles drum und dran über den Ender Dragon. Ja, der Grund, warum ich dieses Video überhaupt mache, ist, weil ich endlich mal mit dem Thema Ender Portal die ganzen Portale und diese beschissenen Bosse abschließen möchte. Und ich habe ja schon bei meinem ersten Video gesagt, also wo ich das Endportal gebaut habe, dieses kleine Tutorial auf meinem Channel, dass es auch schon ziemlich groß geworden ist, dass ich auch dementsprechend nochmal den Ender Dragon besiegen werde und ein kleines Tutorial über ihn machen werde. Ja, ich habe mir hier das kleine Plätzchen schon zusammengestellt. Das hier ist aber in der echten Festung, in der Ender Festung, oder ja, ich weiß jetzt nicht, wie man in der echten Welt zu dieser Festung sagen sollt, nennen wir sie einfach jetzt mal Festung, wo man das Endportal finden kann. Ja, es ist noch nicht aktiviert, denn es fehlen immer noch diese Ender Augen. Hier ist aber schon einer platziert, das ist von Standard schon, wenn man das Ender Portal findet. Aber es ist immer random, wie viele Augen hier drinnen sind. Es können auch manchmal schon fünf oder vier drin sein, aber naja, das ist jetzt überflüssig. Es geht ja heute nur darum, wie wir den Ender Dragon am besten besiegen. Ja, und ich hoffe, ich rede euch jetzt nicht so schnell und ich hoffe, ihr nehmt sehr viel Erfahrung aus diesem Video auch mit, damit ihr ihn auch in eurer Minecraft-Welt am besten besiegen könnt. Ja, jetzt kommen wir mal zu den Items. Ja, das ist mal das Wichtigste, um gegen den Ender Dragon zu kämpfen. Ja, also als erstes mal die Rüstung. Wie ihr seht, man braucht für den Ender Dragon hauptsächlich, es reicht eigentlich schon, ne Eisenrüstung. Ja, ich hab hier mal Spinnennetze zur Umrahmung einfach genommen, weil es schön aussieht und was das hier macht, keine Ahnung. Es sind ein paar überschüssige, aber ist doch egal. Ja, ne Eisenrüstung reicht voll und ganz. Und ihr braucht sie auch nicht einmal zu verzaubern. Aber was ihr auf jeden Fall haben müsst, das ist Federvall. Ja, Federvall aus welchem Grund? In dieser Welt gibt es solche Obsidian-Säulen, auf denen diese Ender-Sterne oder keine Ahnung sind, mit denen sich der Ender Dragon heilt. Ja, falls euch mal die Pfeile ausgehen sollten und ihr keinen anderen Weg mehr seht, ihn auf eine andere Art und Weise zu besiegen, nehmt auf jeden Fall Federvall mit, denn ihr müsst dann auf diese Säule selbst hinaufklettern und diesen Ender-Stern zerstören. Ja, und im Großen und Ganzen, ihr müsst euch einfach diese Rüstung und so verzaubern, mit diesen Verzauberungen, was ich hier aufgelistet habe. Ihr könnt natürlich auch wieder übertreiben und noch mehr Verzauberungen raufklatschen, aber ich würde sagen, das hier reicht voll und ganz. Also ist mal meine Meinung, denn ihr werdet ja später schon sehen, wie der Ender Dragon so tickt und ich merke gerade, dass ich noch im Game-Mode bin. Deswegen gehen wir jetzt mal in den normalen Modus und ich habe mir auch schon ca. 500 Level gegeben und das verzaubern wir hier jetzt mal mit dem Amboss. So, die Brustplatte brauchen wir auch noch mit Schutz 2. Dann die Eisenschützer und die Eisenstiefel natürlich auch mit Schutz 2 und Federvall. Gut, so, die Rüstung haben wir jetzt mal. Das ist mal das Equip für uns und ja, ich habe immer noch meinen alten Skin, meinen alten Account von Minecraft, denn ich habe ja schon seit weiß nicht wie langer Zeit mehr keine Videos mehr gemacht und naja. So, hier haben wir mal unsere Waffen, die wir für diesen Kampf benötigen. Einerseits mal das Diamantschwert. Ja, für diesen Kampf bräuchte man eigentlich schon ein Diamantschwert. Einfach nur, dass es schneller geht und ja. Die Verzauberungen sind einfach nur Schärfe 4 und Haltbarkeit 3. Ja, Schärfe 4, dass man ihn schneller töten kann. Ein normales Diamantschwert würde schon reichen und Haltbarkeit ist einfach nur so zur Verzauberung da. Ist doch auch egal. Ja, der Bogen ist die wichtigste Waffe gegen den Ender Dragon, denn der Ender Dragon fliegt hauptsächlich nur in einer sehr hohen Höhe, mit der wir ihn niemals treffen würden mit dem Diamantschwert. Deswegen auf jeden Fall zwei Bögen mitnehmen und wenn nicht, dann mehr. Mindestens drei Pfeile mitnehmen und ihr solltet sie auch im Inventar verteilen, falls ihr sie irgendwie mal verlieren solltet. Denn wenn ihr einen mal verliert, dann habt ihr zwei andere noch, die euch im Inventar noch beiseite stehen und ihr solltet euch eure Bogen immer mit Flamme 1, Schlag 2, Unendlichkeit und Stärke 3 verzaubern. Ja, einfach nur, ja wie schon gesagt, wie beim Schwert, dass man ihn schneller downen bekommt. Unendlichkeit, dass man unendlich viel Pfeile hat, obwohl man nur einen in seinem Inventar hat und deswegen auch verteilt drei Flamme, um ihn zu verbrennen. Aber ich würde sagen, er brennt gar nicht. Also soweit ich weiß von meinen Kämpfen. Und Stärke, dass die Pfeile einfach mehr Schaden machen. Ja gut, dann nehmen wir uns dieses ganze Zeugs jetzt mal mit. Verzaubern hier alles wieder. Habe ich jetzt alles? Ja, habe ich. Ja, natürlich. Gleich mal das Buch wegschleudern, wie es sich gehört. Wo haben wir das? Haltbarkeit mal und Schärfe 4. Gut, das Schwert haben wir. Dann auf jeden Bogen Unendlichkeit, Stärke, Stärke haben wir schon, Schlag und Flamme 1. Gut, so sollte dann der Bogen aussehen und man sollte schon zwei Bogen mitnehmen, weil die auch relativ schnell kaputt werden und ja, gut. So, das Equip haben wir mal für diesen Kampf. Natürlich solltet ihr euch auch etwas zu essen mitnehmen. Das ist doch klar, weil ihr bekommt von dem ganzen Laufen und ja, herumgespringe wesentlich schnell Hunger. deswegen holen wir uns jetzt mal ein paar Stakes im Game Mode, denn ich weiß gerade nicht die ID von von Stakes, also was schreibe ich denn für eine Scheiße. So, what the fuck? So, eins, so, und dann holen wir uns hier noch irgendwelche Stakes, nehmen wir uns einfach mal ein Stack Stakes mit, ist doch egal. Was brauchen wir noch? Sonst würde ich sagen, Game Mode 0. Ja, das Equip legen wir uns aber jetzt noch mal in die Truhe, genauso wie unsere Rüstung, und verbrennen uns auch hier noch mal aus einem bestimmten Grund, weil ich euch später dann auch zeigen möchte, wie viel XP man durch diesen Bosskampf bekommt und ja, gut. So, hier wieder diese drei aufteilen, da die Stakes sind und dann haben wir hier auch noch drei Items, ja, die Ender Augen, dass wir jetzt mal das Portal aktivieren können und die Erde. Ja, Erde oder irgendwelche Blöcke an Stacks solltet ihr immer mit haben, dass ihr euch so schnell wie möglich raufbauen könnt auf diese Obsidian-Türme, die in dieser Welt sind. Ihr könnt natürlich auch eine Spitzhacke mitnehmen, damit ihr dieses Ender-Gestein abbauen könnt und naja, gut. Equipped sind wir jetzt mal komplett, das würde alles passen. Waffen haben wir auch, zwölf Angriffen macht dieses Schwert schon richtig geil und ja, dann geben wir jetzt mal, das ziehen wir aber nochmal rein, ob ich nichts vergessen habe. Ja, ich weiß schon, was ich vergessen habe und das ist das schöne Item hier hinten, ähm, der Kürbis, der Kürbis, ja, der Kürbis ist auch ein sehr hilfreiches Item für den Ender-Dragon-Kampf, denn wenn man ihn aufsetzt, ähm, ja, hat man eine ziemlich eingeschränkte Sicht, aber es soll uns auch schützen vor den Endermans, die in dieser Welt umherlaufen, denn es sind an jeder Ecke und überall sind unzählige Endermänner, die dich angreifen können, wenn du sie anblickst. Meiner Meinung nach ist dieser Kürbis völlig überflüssig. Ja, der eine Grund, warum er überflüssig ist, äh, weil man sowieso nicht genug Zeit hat, um einen Enderman so lange anzusehen, bis er aggressiv wird und ich würde sagen, das ist einfach nur Behinderung der Sicht und es ist viel angenehmer, wenn man ohne diesen Kürbis, ähm, voranschreitet gegen diesen Boss. Ähm, ja, einfach aus Prinzip, weil man dann auch mehr Rüstung hat und gut. Ja, so, jetzt würde ich sagen, wir legen jetzt mal los, aktivieren das Ender-Portal. So, hier rein, da, 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 da und hier. Ja, ähm, jetzt seht ihr mal, dass dieses, äh, Portal bei mir auch gleich immer beim ersten Mal funktioniert, weil, viele User schreiben diese Kommentare, ähm, dass bei ihnen das Enderman Ender-Portal nicht funktioniert, wenn sie es selbst bauen oder finden. Ähm, ja, keine Ahnung, an was es liegt, habe ich auch schon in vielen anderen Videos gesagt und keine Ahnung. Ja, und jetzt machen wir jetzt aber weiter mit dem Ender-Dragon. Äh, für was wir die Erde noch brauchen können, ist nicht nur für das Hochbauen auf diese Obsidian-Türme, sondern wenn wir jetzt durch dieses Portal gehen, können wir auch random irgendwo außerhalb von der Ender-Welt spawnen, auf einer Obsidian-Plattform. Das heißt, wir benötigen schon mal Blöcke, dass wir überhaupt auf diese Welt kommen. Und, wir können auch natürlich mit dieser Obsidian-Plattform in dieser Welt spawnen. Ähm, das heißt, wir können uns jetzt doch noch, ähm, was schreibe ich denn schon wieder, äh, eine Spitzhacke mitnehmen. Also, es ist, es wäre relativ, äh, effizient, wenn wir uns diese mitnehmen. Äh, denn wir müssen uns auch wieder herausbauen und sonst kommen wir nicht raus und können dann auch nicht gegen den Ender-Dragon kämpfen. Ja, ich würde sagen, wir springen jetzt mal durch und, ja, auf einen guten Kampf. So, äh, ja, jetzt haben wir hier den Fall, dass wir auch herunten spawnen, unterhalb dieser Welt. Und ich muss sagen, sie haben sie schon wieder, äh, neu designt. Also, dass hier mehrere Ebenen sind. Ähm, ja, ist klar. Es kommen bei jedem Update neue Features dazu. Und, gut. Ja, jetzt sind wir hier auf dieser Welt und man hört auch schon, oh, sieht so aus als würde. Ja, der ist ein bisschen aggressiv. Alter. Junge. Ja, diese Endermänner, äh, sind gerade ein bisschen aggressiv. Keine Ahnung. Gut. Ja, wenn man seinen Blick, äh, öfters auf den Boden hält, dann, ach du Scheiße. Okay. Äh, da ist schon mal der Ender-Dragon und ich muss sagen, er ist ziemlich laut. Sehr laut. Und ich hab irgendwie das Gefühl, dass mich schon wieder ein, ein beschissener Endermann anzieht. So, jetzt sind wir in der, in der Ender-Welt und das da oben ist der Ender-Dragon. Alter, und dieses Geräusch macht mir gerade richtig Schauder am Rücken. Also, mir stellen sich gerade die Nackenhaare auf. Ja, das da oben sind diese Ender-Kristalle, mit dem sich der Ender-Dragon die ganze Zeit heilt. Das erkennt man auch an diesen, an dieser Schnur oder, oder Faden, was das ist. Keine Ahnung. Der mit ihm verbunden ist. und jetzt gerade, ähm, hat mein Handy vibriert, aber das ist auch jetzt egal. Ähm, so. Das heißt jetzt, wir müssen alle diese, ähm, Kristalle zerstören, damit sich dieser Ender-Dragon nicht mehr heilen kann und, damit wir ihn töten können. Gut. Okay, jetzt muss ich einfach nur treffen. Gut, haben wir getroffen. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, wie genau diese verteilt sind. ist, es hat sich ja, äh, ist schon eine lange Zeit her, äh, wie ich Minecraft gespielt habe. Aber naja, ich habe mich vorhin aktiviert und, so, ich schieße jetzt mal mein Handy weg. Weil das vibriert die ganze Zeit. Keine Ahnung, wieso. Und wir suchen jetzt einfach mal die restlichen, äh, Obsidian-Türmer. Gut. So. Da hinten noch diese paar, Ach du Scheiße, wo ist der denn? Ja, man kann auch ziemlichen Schaden von diesen Teilen davon tragen, wenn man genau neben diese Säulen steht oder diese Kristalle. Ähm, wenn der Ender-Dragon auch verbunden ist mit einem dieser Kristalle und man schießt und man zerstört genau diesen Kristall, mit dem er verbunden ist, bekommt er auch ziemlich viel Leben abgezogen. What the fuck? Ähm, und, naja. Und ich weiß jetzt gerade nicht, wohin er verschwunden ist. Das müssen wir ihn wieder suchen. Normalerweise müsste er immer um uns herum fliegen. Keine Ahnung, wo er jetzt hin ist und, äh, diese Endermänner werden jetzt ziemlich schnell aggressiv, muss ich zugeben. Okay, ich hab schon ne Vermutung, sie haben jetzt etwas Neues eingebaut, man muss jedes Mal einen Enderman töten, damit dieser wieder erscheint. Und da ist schon wieder ein Aggressiver. Alter. Ja, es ist jetzt gerade ein bisschen belastend, weil ich hab den Ender Dragon Kampf viel, äh, leicht in Erinnerung. What the fuck, Alter. Hoho. So, jetzt habt ihr mal gesehen, ähm, dass ihr Leben abgezogen bekommt, wenn wir diese Teile zerstören. Okay, anscheinend haben die, oder? Naja, bleibt jetzt denke ich auch hier. Okay, wenn man gute Bogenkenntnisse hat, dann sollte man ihn schnell down kriegen. Er flattet hier die ganze Zeit umher. Ja, anscheinend sind die Endermänner auch irgendwie, äh, verändert worden, dass sie schnell aggressiv werden. Ähm, weil normalerweise braucht man viel länger, dass sie, auf einem aggressiv werden. Und wo ist der Ender Dragon jetzt schon wieder hin? Ja, jetzt müssen wir hier ein bisschen umher suchen. Und ich hab gerade keinen Plan, ähm, warum der die ganze verschwindet und wieder kommt. Aber na ja, suchen wir halt einfach mal ein bisschen. Ja, sieh mich mal an. Das ist ziemlich komisch. Ah, da ist er wieder. Das ist er wahrscheinlich hinter mir. Wo ist er? Ja, da war er gerade. Okay, gut, das ist er wieder da. Er kann sich nicht mehr heilen, weil wir, äh, mittlerweile alle, ähm, Kristalle zerstört haben. Und bitte flieg nicht schon wieder weg, Alter, du bist so ne Pussy. So. Aber ich treffe ihn eigentlich ganz gut. Okay. Ich muss immer ein bisschen voraussehen, ähm, wo er jetzt hinfliegt. Alter, ich hab ihn getroffen. Lol. Okay. So, jetzt fliegt er wieder weg, oder? Komm her, Ender Dragon. Der Will ist heute nicht so angriffslustig. Okay, komm her. Alter, wie ich ihn nicht treffe. Ha, ich hab mich fast selbst abgeschossen mit nem Pfeil. Okay. So. Okay, jetzt bekommt er alles abgezogen. Ja, eben, man muss bei diesem Kampf hauptsächlich mit dem Bogen kämpfen. Und das Gute ist dann auch, man benötigt diesen, ähm, Kürbis wirklich nicht. das ist relativ egal. Und, ja, weil man ja sowieso, äh, wenn, mit die, die ganze Zeit mit dem Bogen kämpft, und man da auch in die Luft zieht. So. Ja, eine kleine Erklärung zu diesem Ender Dragon. Er hat 100 Herzen Leben, also 100 solche roten Punkte, die wir hier unten haben. und, wenn wir ihn einmal anschießen, wenn er auf uns zufliegt, dreht er sofort um. Das heißt, er hat einen, ein, sehr komischen, ähm, Angriffsstil. Äh, ja. Dann auf friedlich, auf der Einstellung friedlich, äh, macht er Null Schaden Herzen, wie jeder Mob. Ähm, auf einfach macht er 6 Herzen Schaden, auf mittel macht er 10 Herzen Schaden, und auf, äh, schwermacht er 15 Herzen Schaden, also schon, ähm, ziemlich krass, was er hier abzieht, und ist auch ein ziemlich starker Gegner. Aber es wird auch auf der Minecraft.net-Seite, ähm, behauptet, dass er der stärkste, ähm, Endboss sei. Und, ja, seit einer bestimmten Minecraft-Version wurde auch ein anderer, äh, Endboss eingeführt. So, naja, nicht ein, so ein spezieller Endboss, wie der Ender Dragon, aber, er hat so einen Stil als Endboss, weil er ziemlich hardcore ist, und auch ziemlich stark. Und meiner Meinung, und sein Name ist auch Wither, ähm, den spawnt man mit 3, äh, ja, Soul Sand, und, ne, mit 4 Soul Sand, und 3 Wither Skelett Köpfe. Also, das heißt, man kann so oft gegen ihn kämpfen, wie man möchte. Also ist es theoretisch, eigentlich auch kein Endboss, aber er ist verdammt stark, und ich finde, er ist sogar stärker als der Ender Dragon. Er macht, ziemlich, Hardcore-Schaden, und der Ender Dragon zwar auch, aber er ist viel schneller, und macht öfteren Schaden. Und er hat einfach nur so, so einen, leichten Angriffstil, den man leicht durchschauen kann, und, man kann ihn auch so leicht fertig machen. So, der letzte Hit, und jetzt ist er tot. Ziemlich geil, muss ich schon sagen, diese Animation, wenn er stirbt, und er lässt auch verdammt viel EXP fallen. Ja, insgesamt lässt er 20.000 Erfahrungen fallen, und das sieht man jetzt auch unten schon, wie schnell wir einfach Level aufsteigen. Im Gegensatz, also im Verhältnis zu anderen Mobs, ist dieser der Spitzenreiter von allen, mit den EXP. Wir haben jetzt insgesamt fast, ja, wir haben 72 Level bekommen, durch diesen einen Bosskampf, und, ja, man kann in einer Minecraft-Welt, nur einmal gegen den Ender Dragon kämpfen. Man kann dreimal, oder, ich glaube, ich schätze auch nur einmal, das Ender Portal in einer Welt finden. Und, ja, jetzt sehen wir gerade, dass, hier, so, wieder ein Portal, gespawnt ist, an der Stelle, wo er gestorben ist, und hier oben haben wir das Ender Dragon Ei. Ja, das Ender Dragon Ei, es tut mir leid, das weiß ich jetzt gerade nicht, ob das schon funktioniert, dass man sich einen eigenen Ender Dragon züchten kann, oder nicht. Auf jeden Fall, wenn man rechtsklick auf dieses Ei macht, teleportiert sie sich irgendwo hin. Das heißt, es kann sofort weg sein, oder es kann hier, hier rüben, wieder auftauchen. Ja, das Ender Dragon Ei kann man nur abbauen, mit einem, wie ist es, mit einem, das fällt es mir gerade nicht ein, mit einem Kolben, und, das setzt man einfach neben den, neben das Ender Dragon Ei. Das mache ich jetzt mal kurz. Ich baue es jetzt einfach mal zu, dass wir nicht hineinfallen können. So. Gut. Dann gehe ich noch mal in den Game Mode. Game Mode 1. Und holen uns jetzt mal einen Kolben. Eine Redstone Fackel. Gut. Jetzt muss ich hier ihn noch richtig platzieren können. Das machen wir jetzt mal weg. Dann müssen wir ihn so hinsetzen, dass er genau auf das Ender Dragon Exit zeigt. Und, dann machen wir hier noch hin. So. Jetzt haben wir es als gedroptes Item abgebaut. Und jetzt haben wir es auch in unserem Inventar. Es wird auch als Drachenei bezeichnet. Wer hätte es gedacht. Und, ja. Es ist einfach, es hat eigentlich keinen, ja, es hat schon einen verdammt großen Wert, weil man damit beweist, dass man den Ender Dragon geschafft hat. Und, ja, man kann es als Ruhmes, in einer Ruhmeshalle verwenden. Und es ist einfach nur ein verdammt geiles Deko, äh, Deko Item. Und es leuchtet auch richtig geil in diesem lilanen Farbton. Und jetzt bauen wir hier die ganze Erde mal ab. So, den Ender Dragon haben wir geschafft. Die Taktik habt ihr jetzt auch von mir heraußen. Ich habe euch alles erklärt, wie es jetzt funktioniert, äh, mit den Equip, mit den Items und alles. Ähm, jetzt gehen wir aber nochmal in den Game Mode 0. Ja, äh, man dürfte auch im Hintergrund manchmal, äh, meine Maus und meine Tastatur hören, denn ich habe ein sehr sensibles, äh, Mikrofon und das nimmt auch die ganzen Hintergrundgeräusche auf, was ziemlich belastend ist. Und, äh, was ich euch jetzt noch zu sagen habe, die meisten meiner Abonnenten wissen ja, dass ich, äh, dass mein Kanal so richtig groß geworden ist, durch zwei, ähm, bestimmte Videos. und da möchte ich jetzt noch mal etwas ansprechen. Ja, ähm, das eine Video handelt, wie man im, äh, Creative Mode, also im Kreativ Modus in Minecraft, das, äh, Ender Portal selber baut, einfach zur Dekoration oder einfach mal in einer eigenen Welt, damit man den Ender Dragon selbst besiegen kann. Ähm, und, ja, das hat mich eigentlich zu einem sehr großen Erfolg gebracht und das finde ich auch toll so. Und das zweite, äh, was rede ich, das zweite Video handelt von allen drei Portalen, also, es gibt ja nur zwei Standardportale in Minecraft, das wäre einerseits das Nether Portal, das uns in die Hölle führt, und das Endportal, was wir vorhin schon gesehen haben am Anfang, das uns in diese Welt hier führt. Ja, und, äh, das dritte Portal handelt von einem Ether Portal, das uns in den Himmel führt, das, äh, dieses Portal ist aber wiederum ein Mod. Das heißt, es gehört nicht zu dem Vanilla Minecraft, sondern es ist einfach nur ein, ähm, eingefügtes Feature, damit man in den Himmel kommt und gegen, äh, gegen verschiedene Bosse und, äh, Kreaturen kämpfen kann. Und, was man nicht alles noch einfügen kann in Minecraft. Ja, es ist eigentlich, äh, ein verdammt geiler Mod, aber um das geht es nicht, sondern es geht um diese zwei Videos. Ja, sie haben, äh, verdammt viele Aufrufe bekommen, sie haben verdammt, äh, durch diese, ähm, zwei Videos bin ich sehr aufmerksam, also sind, äh, sehr viele Leute auf mich aufmerksam geworden und dafür danke ich euch, auch Leute damit, äh, dafür ich, äh, wie soll ich sagen, dass ihr mich abonniert habt, wegen diesen zwei Videos. Aber es macht mich ohne Scheiß nicht glücklich, dass mein Kanal nur wegen dieser zwei Videos lebt und deswegen wünsche ich mir von euch, dass ihr, ähm, auch einige, äh, auch, wenn ihr dieses Video gesehen habt, ähm, euch mal auf meinem Kanal umseht und euch auch mal meine anderen Let's Plays und Videos anseht, ähm, damit, ähm, mein Kanal nicht nur von diesen zwei Videos handelt und, ja, wenn euch das gefällt, was ich mache, äh, gefällt, was ich mache auf meinem Kanal, dann abonniert, äh, mich, äh, dass ihr kein Video, ähm, verpasst, äh, es ist eure Entscheidung und, naja, wenn euch dieses Video, äh, dieses Video gefallen hat, lasst eine Bewertung da, mich würde es natürlich auch freuen, wenn ihr, äh, Kommentare da lässt, wie es euch weitergeholfen hat, ob, ob, ob auch diese Ausrüstung und dieses ganze Equip hilfreich ist oder nicht, ähm, was ihr zu dem Thema hält, ob der Kürbis hilfreich ist oder nicht, ähm, schreibt es einfach in die Kommentare, mich würde es auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall total freuen, ähm, weil, ja, wer wisst, ich freue mich über jedes einzelne Kommentar, das ich von euch bekomme und finde ich euch alle klasse, die mich abonnieren und meine Videos ansehen und, ja, was ich jetzt auch noch vergessen habe, das hier nennt man, also auf dieser Ebene, was hier entstanden ist, ähm, und dieses Gestein hier nennt man Endstein, ja, Endstein ist so, äh, ist ein gelber, schöner Dekostein, würde ich sagen und durch dieses Gestein kann der Enderdrache auch nicht hindurchfliegen. Der Enderdrache kann, ähm, durch jedes andere Gestein außer, ähm, wie heißt das, Grundgestein durchfliegen. Ähm, wenn er durch, äh, zum Beispiel wenn er jetzt einen Enderdragon in der normalen Welt spawnen lässt, was theoretisch nur durch einen Kommando, äh, durch ein Kommando geht, ähm, oder durch ein Spawn-Elk, oder ein Spawn-Elk, keine Ahnung, ähm, würde er euch die ganze Zeit, wenn ihr im Survival-Modus seid, verfolgen und wenn ihr euch in der Höhle versteckt, würde er einfach in den Boden hineinfliegen und jegliches Gestein, ähm, Erde und jede, jegliche Blöcke, die um ihn herum sind, einfach verschwinden lassen. Das heißt, ihr könnt in der realen Welt dem Enderdragon nicht entfliehen, er wird euch immer wieder finden und versuchen zu töten. Ja, ohne Rüstung wärt ihr in schwer und in, äh, Mittel, also vom Schwierigkeitsgrad her, werdet ihr gewonhitted von ihm und im leichten Modus könnt ihr halt einen Schlag überleben, ohne zu sterben. Ja, gut, ähm, ansonsten war's das jetzt mit dem ganzen Tutorial. Ich hoffe, ihr habt sehr viele Informationen aus diesem Video gezogen. Ähm, ich wünsche euch viel Spaß beim Enderdragon selbst besiegen und, ja, lasst eine Bewertung da. Ich spring jetzt einfach mal durch dieses Portal und hier kommen auch die Minecraft Credits. Äh, Credits sind einfach nur, äh, wo alle Leute aufgezählt werden, ähm, die an diesem Spiel beteiligt worden, äh, sind an jeglicher kleinen Sache. Aber das interessiert uns jetzt nicht, das überspringen wir jetzt mal und wir spawnen, äh, wenn wir durch dieses, äh, Portal gesprungen sind, nicht, äh, normalerweise nicht vor dem Portal wieder, sondern vor unserem eigenen, also an unserem eigentlichen Spawnpunkt. Ich habe jetzt aber hier, genau an diesem Block, hier meinen Spawnpunkt gesetzt, dass ich nicht, wenn ich jetzt, äh, in diese Lava springe, habe ich ja vorhin gemacht, äh, wieder alles suchen muss. Und, ja, im Großen und Ganzen war's das. Wie schon gesagt, guckt euch auf meinen Kanal auch um, ähm, denn es würde mich sehr freuen, wenn meine, mein Kanal nicht nur von zwei Videos abhängen, hängt. und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, falls es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, ich bin dann mal weg, ciao. .